Ja, ich werde wahrscheinlich die ganze Vorbereitung drüben in Amerika verbringen. Das freut mich. Das freut mich, Leute. Das ist eine Information, was sehr, sehr gut ist. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück auf Fight-Hand-Test. In den letzten Videos haben wir darüber gesprochen, wie Abus Magomedov gekämpft hat, was er falsch gemacht hat, was er richtig gemacht hat und ich hatte ja eine Meinung dazu und jetzt hat sich Abus Magomedov dazu geäußert. Wir möchten mal jetzt ins Video reingehen und gucken, was Abus Magomedov gesagt hat, dann sage ich meine Meinung dazu. Dann hat er heute noch ein Interview rausgebracht mit Kampfgeist MMA. Grüße gehen raus an Kampfgeist MMA. Super Channel, macht seine Arbeit sehr, sehr gut, sind MMA-Fans und diese Leute müssen unterstützt werden. Deswegen, wir unterstützen diese Leute und hoffen auch, dass wir unterstützt werden bei dieser Sache und dass diese Kampfsport-Sache einfach komplett boomt in Deutschland, Leute. Zwei Tage nach dem Kampf. Okay. Immer für die Fans einfach. Alles okay. Bis auf ein paar Prellungen an meinen Füßen und ein paar Blauflecken an meinem Gesicht habe ich nichts. Ja, sie sind jetzt so zwei Tage vergangen nach dem Kampf und ich versuche immer noch so nachzuhalten und zu gucken, woran könnte das liegen. Okay, also wie wir sehen, Abus Magomedov macht sich auf jeden Fall Gedanken so, woran konnte es liegen, wieso ist das so passiert. Und der Bro ist sich da auch noch nicht 100% sicher. Was passiert ist mit seinem Körper, warum er jetzt nicht abliefern konnte, das was er eigentlich kann, weil er ist ein übertrieben talentierter Kämpfer, Fighter, was auch immer. Er ist eine super Figur und kommt aus Dagistan, also mit einem Ringerhintergrund. Schon auf dem Weg zum Ring habe ich gemerkt irgendwas, als hätte ich keine Kraft mehr so in der Art. Wegen dem Klima hier, wegen den Umständen, wenn man sagt, ich habe am Anfang gedacht, weil ich... Mhm, 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 okay, also auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, ist, das kann wirklich sein, Leute, weil guck mal, wir leben hier in Deutschland. In Deutschland ist es eine ganz andere Zeitzone wie Amerika, Klima, alles, alles anders. Deswegen, ich glaube, der Khabib hat damals zu Islam Makachev gesagt, als er in Abu Dhabi gekämpft hat gegen, äh, gegen Charles Oliveira, die waren schon, ich glaube, sechs Wochen vorher da. Entweder ein Monat oder sechs Wochen vorher da, weil Khabib gesagt hat, ey, man muss sich ans Klima gewöhnen. Und, ja, und der hat gesagt, also Khabib hat gemeint, während dem Kampf gegen Justin Gaethje hat der Justin Gaethje sogar im Kampf gefragt, Jetlag, ist alles okay? Da hat, äh, wie heißt es, Justin Gaethje gesagt, nee, ist alles gut. Aber Khabib hat dann gemeint, ich war nicht der Meinung, weil der Justin Gaethje kam erst eins bis zwei Wochen vorher nach Abu Dhabi und, äh, der kam gar nicht damit klar. Das war auch so ein Punkt vielleicht, wo Justin Gaethje jetzt ein bisschen an Kraft gemangelt hat in dem Kampf. Hat man jetzt nicht so gesehen, aber der Khabib hat das gespürt. Also, was ich auf jeden Fall damit sagen will, ist, wenn man in Amerika kämpft oder wenn man Abu Dhabi kämpft, so nicht in Europa, ja, und es ist eine andere Zeitzone, dann sollte man sich sogar noch mehr Zeit nehmen. Der Abus Magomedov ist zwei Wochen vorher hingegangen, aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er schon sechs Wochen vorher da gewesen wäre. Ich bin so spät gekommen, weil da waren auch Jungs, die so genauso wie ich gekommen sind und jetzt keine konditionelle Probleme haben. Und ich bin nicht der jemand, der konditionelle Probleme hat. Ich glaube, ich so... Auf jeden Fall nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Leute, weil Ringe sind... Ringe sind alle krasse Ausdauermaschinen. So, du wirst fast keine Ringe sehen, der keine Ausdauermaschine ist. Also, Kamar Usman, eine Kardiomaschine des Grauens. Rabib war eine Kardiomaschine. Ja, der konnte einfach vier, fünf Runden lang ringen, so mit dir. Islam Makachev. Oh, ein Dabishvili oder Mabishvili oder... Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Der beste Freund von Sterling. So, im Kampf gegen Peter Jan, der Mann hat Rekord gebrochen, was Takedowns angeht. Und der hat nicht aufgehört. Und der heißt ja auch Demaschinen. Deswegen, so Ringe sind gar nicht zu unterschätzen, was Konditionen betrifft. Und deswegen glaube ich auch, Abus Magomedov, dass er halt konditionell top in Form sein sollte eigentlich. Es gibt ein Mix von dem, von dem bisschen, aber wie ich so jetzt die Lage so einschätzen kann, ich war überträgt. An der Stelle, Leute, das ist keine Werbung. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal 1000 Abonnenten, wir verdienen noch kein Geld damit. Aber das hier, das schmeckt abnormal. Hat auch keinen Zucker. Wassermelonen jetzt für Sommer top, Leute. Ich trinke schon meine zweite Flasche heute. Weil ich bin seit Januar in der Vorbereitung. Das war jetzt meine dritte Vorbereitung. Kann sein, dass das der Schlüsselfaktor war. Ja, das ist auch so ein Punkt. Also der Bro, der hätte schon mehrmals kämpfen sollen. Immer wieder wurde abgesagt. Also er hat im Camp angefangen, richtig Gas gegeben. Auf seine Diät geachtet, auf seine Ernährung geachtet. Jeden Tag ins Training, vielleicht sogar zwei Mal am Tag. Trainiert, 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 abgesagt. Und dann, einen Monat später oder so. Ey, du kämpfst jetzt dann und dann. Und dann wieder richtig rein, rein, rein. Wieder alles bam, 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 bam. Und dann wieder abgesagt. Und dieses Mal hat er wieder ein Camp gestartet. Und dann musste er auch noch nach Las Vegas. Von Europa nach Amerika, so. Und das kann sein. Da gebe ich den Abos Magomed auf den Punkt auf jeden Fall, was das betrifft. So, das ist eine gute Analyse. Ja, das kann sein, dass es seinen Körper auseinander genommen hat. Vielleicht er mehr Ruhe gebraucht hat, so vorher. So, er war einfach fast ein Jahr lang im Camp, Leute. Das ist auch nicht normal. Ich hab, was ich, warum mir es jetzt nicht so schwer geht, sagen wir mal so. Oder was mich nicht so kaputt macht. Weil ich kann mir selber nichts vorwerfen, dass ich irgendwo so blau gemacht habe. Und nicht zu Ende gearbeitet habe. Ich hab, was von mir verlangt, Maximum abgerufen. Ja, 100 Prozent, das glaube ich dir noch so. Also diese Jungs sind einfach Arbeitsmaschinen, man. Die sind jeden Tag im Gym und die ziehen ihr Ding durch. Die wollen was erreichen. Das ist ein sehr, sehr krasser Typ. Das ist ein über nicer Fighter. Und natürlich hat er nie blau gemacht, Leute. Jeder hat mal einen schlechten Tag, so. Natürlich, man kann jetzt im Nachhinein, kann man jetzt, wenn man sich den Kampf anschaut, wir als Fans, wir können natürlich dann sagen, hey, hm, da hat er falsch gemacht, die hat er falsch gemacht. Aber zu 100 Prozent weiß man, das sind alles Spekulationen. Wir sagen ja nur, hm, vielleicht da, vielleicht hier. Weil Abuz weiß ja nicht mal selbst 100 Prozent, woran das gelegen hat. Ja. Aber der Bro hat alles gegeben, so. Deswegen, das habe ich auch im letzten Video gesagt, lass den Bro, schreiben wir ihm Nachrichten. Ich habe ihm auch eine Nachricht geschrieben. So, alles, alles wird gut. Im nächsten Kampf macht er es besser. Dann geht er es gleich lockerer an, vielleicht einen Drei-Runden-Fight erstmal. Ja. Und auf jeden Fall, die Sache wird auf jeden Fall besser. Von daher nehme ich das so an, wie es ist. Und was mich am meisten abfragt, ist, dass diese Chance, was ich hatte, dass ich den jetzt ausnutzen könnte. Und ich muss jetzt einen bisschen längeren Weg gehen, sagen wir. Ja, ja, das glaube ich 100 Prozent, weil das Ding ist, Leute, Abuz Magomir hat ein Main Event bekommen. Ja. Hätte er jetzt gewonnen, jeder hätte über ihn geredet. Boah, Abuz, krass. Der hat Sean Strickland Platz 7 besiegt. Der wäre vielleicht direkt im Top 10 oder Top 15 auf jeden Fall gelandet. Vielleicht sogar im Top 10. Weil Middleweight-Division ist nicht so gestackt mit den besten Fightern so. Da sind auch fast keine Ringe. Deswegen, meiner Meinung nach, Leute, ja. Seid mir nicht sauer. Meiner Meinung nach ist Adesanya auch so erfolgreich, weil es keine Ringe gibt so. Es gibt keine richtig krassen Ringe im Middleweight-Division. Derrick Bronson oder was? So, der Bro ist schon fast 40 und hört auf. Whittaker, der ist okay, der ist ein guter Ringer, ja. Aber der ist ein Allrounder. Der ist jetzt kein Ringer wie Khabib, wie ein De Vashvili. Ach, egal. Wie ein Isla Makachev. So Ringe fehlen in der Middleweight-Division. Deswegen, ein Abuz wäre richtig geil gewesen in der Top 10. Das weiß auch die UFC. Weil er bringt da eine neue Prise rein. Neue Luft. Neue Vives. Ja. Wir brauchen einen Ringer im Middleweight-Division in der UFC. Und das wäre King geworden so. Hätte er gewonnen? Ich denke, zwei Fights später hätte er auf jeden Fall einen Title-Shot bekommen. Warum? Weil alle haben Title-Shots da schon bekommen. Alexander hat jeden besiegt, außer Alex Ferreira. Und dann im Rückkampf hat er ihn auch besiegt. Er hat Whittaker schon geschlagen. Er hat Cannonier geschlagen. Er hat Vettori geschlagen. Was weiß ich, wen gibt's denn da noch? Er hat einfach alle geschlagen, Leute. Wie auch immer so. Er hat alle geschlagen. Ja. Und der Beste da in dieser Middleweight-Division nach Alexander ist eigentlich Whittaker so. Und den hat er auch zweimal geschlagen. Deswegen kam ein Alex Ferreira. Der war auf Platz, was weiß ich, auf Platz 8, Platz 9. Ich weiß nicht mehr. Er hat dann direkt einen Title-Shot gegen ihn bekommen. Natürlich, die haben auch eine Hintergrundgeschichte gehabt. Aber der hat alle rasiert. Deswegen so ein Abus Magomedov ist, wenn der in der Top 10, also ich denke noch 2-3 Fights, wenn er 3 Fights hintereinander gewinnt, dann könnte sein, dass er einen Title-Shot bekommt. So. Das ist das Einzige, was mich ärgert. Und nächstes Mal, wie gesagt, ich will Änderungen machen. Mich ärgert es auch. Und wenn ich den Kampf jetzt so einfach gewonnen, vielleicht wäre in der Zukunft etwas Schlimmeres passiert. Weißt du was? Ich meine, ich hätte vielleicht gedacht, ich mache alles richtig. Aber jetzt… Natürlich. Aus Fehlern lernt man. Aus Niederlagen lernt man. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht den Typen kleinreden oder sonstiges. Der hat verdient gewonnen. Ich habe meine Lehre jetzt daraus gezogen. Auf jeden Fall. Und in der Zukunft werde ich ein paar Änderungen machen und gucken, wie es dann weitergeht. Ich mache erst einmal einen Monat auf Flugmodus. Kein Gym, gar nichts. Ich bin seit, keine Ahnung, sieben, acht Monaten in der Vorbereitung durchgehend. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ja. Und äh… Auf jeden Fall, der Abus braucht erstmal eine Pause. Ja. Ey, schon seit, wie gesagt, schon seit neun Monaten oder so. Ist der durchgehend im Camp so gesehen. Der Bro braucht erstmal Ruhe. Ich glaube, das hat ihn einfach gekillt. Druck, alles. Das ist so ein Mix aus allem. Ist eine Suppe geworden. Ja, was nicht mehr geschmeckt hat. Und dann kommen wir jetzt mal hier, äh, zu, äh, zu Kampfgeist MMA. Ja, Link ist in der Beschreibung. Check Kampfgeist MMA. Abonniert den Bro. Geile Arbeit. No Time MMA. Ring Life sind alles Killer Jungs. Die machen ihre Arbeit sehr gut. Gibt es etwas, was du jetzt schon sagen könntest, das würdest du beim nächsten Mal anders machen? Ja, ich würde wahrscheinlich die ganze Vorbereitung drüben in Amerika verbringen. Mhm. Mhm. Das freut mich. Das freut mich, Leute. Das ist eine Information, was sehr, sehr gut ist. Was sehr schön ist. Und wie gesagt, er ist jetzt auf dem höchsten Level, was MMA betrifft. Er ist in der Champions League gelandet. Er hat direkt ein Main Event bekommen. Also die Jungs glauben an Abus. Und ich glaube auch an ihn. Er sagt, die komplette Vorbereitung wird er in Amerika absolvieren. Weil, guck mal, sein Manager ist Ali Abdelaziz. Die besten Camps sind offen für den Bro. Er kann auch zu A.K.A. gehen, wo Khabib trainiert hat. Und Khabib ist immer noch da. Also er geht immer wieder dahin für ein paar Monate. Und wenn es mal passt, ist er vielleicht da auch, wo Khabib ist. Wenn er bei A.K.A. trainiert, Leute, A.K.A. hat so viele Champions rausgebracht. Khabib, Islam Makachev, Cain Velasquez, DC, Luke Rockhold. Javier Mendes war selber ein Kickbox-Champion. Also das ist ein Killer-Camp. Ja, wenn ihr dahin geht, alles top. Sogar damals, damals, früher ist Leon Edwards zu A.K.A. gegangen, weil er sein Ringen verbessern wollte. Ist er von London oder von England nach A.K.A., also nach San Jose, genau. Kalifornien ist er da hingegangen und hat da trainiert. Nicht umsonst, Leute. Deswegen, das ist super, was Abus hier vorhat. Geile Sache. Amerika verbringen. Da, wo das Ganze angefangen hat, sozusagen die Mutterland von Amerika. Ganz genau, Leute. Das habe ich auch mal in einem Video gesagt. Ich habe gesagt, ey, die Amis haben diese Sache erfunden. Dann hat einer gesagt, ja, ja, daran merkt man, du hast keine Ahnung. Leute, wenn ich was sage, glaubt mir, glaubt mir. Wenn ihr mich kennen würdet, fragt meine Freunde. Ich gehe nur zu Experten. Ich sage nichts von meinen Hintern. Nichts. Alles, was ich sage, habe ich einen Experten gefragt. Oder habe mich damit beschäftigt. Sonst, ich würde niemals hier irgendwas sagen, was ich nicht weiß. Und manchmal gibt es sogar Sachen, gell, ich gucke mir so die Videos vorher an. Und dann sehe ich zum Beispiel Sachen und denke mir, okay, hm, da ist mein Wissen jetzt nicht so krass. Ich rufe direkt meinen Kollegen an, denn krasser Kampfsportless. Ey, Bro, da, 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 warum ist das so? Er erklärt es mir. Dann weiß ich, okay, dankeschön, im Video kann ich darüber reden. Deswegen, und ich sage nicht umsonst, in Amerika hat es angefangen. Da sind die krassesten Leute. Sogar ein Khabib ist von Dagestan. Ja, obwohl er schon krass war. Er war schon ungeschlagen, ist nach Amerika gegangen, Leute. Das machen die Leute doch nicht aus Spaß. Wisst ihr, wie viele europäische Fighters nach Amerika gegangen sind? Shevchenko, die Frau, die Dame, die Ex-Champion. Die ist auch bei American Top Team, soweit ich weiß. Ich will jetzt nicht, aber ich denke, die ist bei, die müsste bei American Top Team sein. Sehr viele. Sehr viele trainieren Amerika, weil da einfach die besten Camps sind, weil die haben die Sache erfunden. Und deswegen, es gibt 30, schon 30 Jahre gibt es UFC Leute. Und seitdem wurden geile Camps gegründet, ja. Ein Henry Sohudo, ein Craig, äh, Jones. Ähm, ähm, Craig Jackson. Craig Jones war der Bill Graveling-Typ. A.K.A. American Top Team. Was weiß ich, was es noch alles gibt so. Deswegen, Markt ist offen. Abus Magomedov hat da viel größere Chancen wie in Deutschland. Es ist leider so. Es ist leider so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das zu PFL-Zeiten? Hast du, als du in der PFL noch in der Season warst, hast du da auch drüben trainiert oder wirst du immer für die Kämpfe rüber geflogen? Ich bin meistens so ein paar Wochen vorher rüber geflogen. Ja, das ist schlecht. Bis jetzt hat das immer gereicht. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt, aber die Endstation, die letzte Station ist gerade UFC. Und da ist das nicht mehr so. Da reicht Deutschland nicht mehr aus. Wir müssen jetzt Stoffe oben drauf legen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe meine Meinung jetzt dazu gesagt. Ich frage mich, was ihr dazu sagt, ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Was habt ihr für eine Meinung dazu? Kann man überhaupt, also jetzt die letzte Frage von mir. Kann man überhaupt in Deutschland ein UFC-Champion werden? Also, wenn man nur hier trainiert. Ich habe mit vielen Jungs darüber gesprochen. Und mit Belaş. Wenn ihr Bela nicht kennt. Belaş hat einen Podcast mit MC Boogie. Ja, ist ein Hip-Hop-Podcast, aber geht auch um viele Sachen. Und er hat auch einen Podcast-Takedown. Ja, und ich höre mir das sehr oft an. Und der Bro ist belesen des Grauens, was MMA betrifft. Und ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten. Und er ist der gleiche Meinung. Er sagt, Deutschland ist leider nicht auf dem Niveau. Ja. Wir haben noch nicht mal richtige Ringe. Es gibt keine Olympia-Ringe hier. So. Deswegen, Leute. Und die Jungs, die da sind. Die, denen ihre Coaches sind. Die abnormalen Killers. Und nichts gegen die Coaches hier, um Gottes Willen. Aber die Coaches hier, denen ihr Level ist halt für Deutschland Level. Für MMA. Für Deutschland. Sowas wie GMC. Sowas wie NFC. Sowas wie Octagon. Und ich weiß jetzt nicht, was für Promotions es noch gibt. Für diese Sachen ist es gut, ja. Natürlich. Aber UFC. Also da sind Leute, das ist doch nicht normal. So ein Khabib so. Hat man einen wie Khabib. Hat man einen wie Jon Jones. Hat man einen wie Conor McGregor. Hat man einen wie JSP. Bei einer anderen Promotion gesehen? Hat man nicht. Wo haben diese ganzen Jungs trainiert? Bei wem haben die trainiert? Die haben irgendwann immer ihre Stelle gelassen. Weil die gesagt haben, okay. Ich muss dahin gehen, wo die krassen sind. Ja. Wenn ich jetzt ein Koch werden will. Der beste Koch dieser Welt. Dann gehe ich auch dahin, wo die krassen Köche sind. Die mir das am besten beibringen können. Und wenn es nicht in Deutschland ist, dann ist es halt so. Ja. Da kann der fight ja nichts für. Er will ja was erreichen. Also muss er diesen Weg gehen. Also Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja. Das ist meine Meinung zu Abos Magomedov. Wie gesagt. Wir stehen immer noch zu dem Bro. Ich auf jeden Fall. Und der wird auf jeden Fall vieles erreichen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Fight-An-Test ist. Like nicht vergessen. Kommentieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Da wird Ihr beschenkt. Nope jour. Was ist unsere vom Roboter Mutter. igneigellein. Und das ist kein dem Schenk.